Der nachfolgende Artikel wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. Regierung auf dem Tiefpunkt von Matthias Matusek Nun hat selbst Focus Online, das bisher eifrig im Windschatten der Regierung, täglich mit neuen Infektionszahlen Panikbetrieb, völlig sinnlosen Zahlen, da weder Alter noch Testhäufigkeit angegeben wurden, beigedreht. Kleinmütig vermeldete der Online-Dienst heute, am 3. März 2021, dass Schweden, welches auf einen harten Lockdown völlig verzichtet hatte, ebenso viele, nein, weniger Todesopfer zu beklagen hatte, als das in die Erstarrung gezwungene Deutschland. All die polizeistaatlichen Terrorisierungen der Bevölkerung, wie Bußgelder bei Verstößen gegen die Verweildauer, Helikoptereinsätze gegen Kinder, Wohnungsdurchsuchungen, waren völlig unsinnig in der Pandemiebekämpfung und dienten offenbar nur dazu, von den krassen Fehlern der Regierung abzulenken. In der Durchimpfung der Bevölkerung belegen wir hinter Rumänien den letzten Platz, mit 7,6 nur ein Zehntel besser als die Gesamt-EU. Im Vergleich dazu Großbritannien, doppelt so viel Geimpfte, seit neuestem dürfen auch Apotheken diesen Dienst versehen. Bei uns werden Alte in komplett überlastete, sogenannte Hotlines abgedrängt, treffen Vereinbarungen, wenn sie durchkommen, und werden wieder vergessen. Wir sind dritte Welt, allerdings wesentlich bürokratischer und letztlich unbarmherziger. Apropos Großbritannien, die geschmähte Insel mit ihrem als Populisten verhöhnten und auf einem Spiegeltitel als Deppen bezeichneten Boris Johnson, dem die stählerne EU-Chefin von der Leyen, eine Versagerin vor dem Herrn, das Verlassen der EU so sauer, wie nur irgend möglich machen wollte, um Nachahmungstäter abzuschrecken. Nun kam die Bild mit der Schlagzeile »Liebe Briten, we beneiden you«, worauf die ebenso auflagenstarke und ebenso laute britische Sun antwortete »Wir beneiden dich nicht« »Over the EU Vaccinations Handles«. Und da es die Sun ist, die jedes Fußball-Länderspiel zum Anlass nimmt, ihren Sieg über die deutschen Pickelhauben und Stechschrittkrieger erneut zu zelebrieren, fügte sie an »Wir impfen euch unter den Tisch«. Das ist nicht nur britischer Übermut, sondern Realität. Sie impfen uns tatsächlich unter den Tisch. Und sie feiern ihre durch den Brexit gewonnene Unabhängigkeit. Losgelöst von den Fesseln des bürokratischen Haufens schlugen wir unsere Handtücher zuerst auf der Sonnenliege von AstraZeneca, Pfizer und Moderna. Und sie werden in diesem Sommer auf Malle selbstverständlich als erste ihre Handtücher platzieren, vor den Deutschen. Typische britische Gemeinheit allerdings, dass die Sun nicht den deutschen Impfstoff BioNTech erwähnt hat, aber was das angeht, bin ich Kummer gewohnt. Briten und Deutsche, das ist Catchen. Als ich für den Spiegel aus London berichtete, war mein Bruder Botschafter und versuchte nimmermüde, den Briten die Wohltaten und Vorteile der EU zu verkünden. Es war ein Uphill-Battle für ihn. Ich dagegen, es waren die 2000er Jahre und Tony Blair feierte sich und die Insel als Cool Britannia, zeigte schonungslos auf, was alles kaputt war dort drüben. Ein kaputtes Gesundheitssystem, notorisch unpünktliche Züge gegen unsere unfehlbaren ICEs, heute würde ich mir auf die Zunge beißen, ethnische Straßenschlachten, Teenager-Schwangerschaften und Tablettenabhängigkeit auf dem Höhepunkt. Der linke Independent, ebenfalls an Randale interessiert, übersetzte meinen Text und druckte ihn. Als es dann um die Vergabe der Olympischen Spiele ging, erlaubte ich mir eine kleine Satire. Ich schrieb auf Spiegel Online, wenn die Briten jetzt auch diese noch kriegen, werden sie so übermütig, dass sie nach Schleswig-Holstein einmarschieren werden. Die Reaktion war wunderbar. Die Daily Mail, ein ebenso lautes Blatt wie die Sun, titelte »Bruder vom Botschafter verhöhnt England« und in den Artikel eingeklingt war ein Foto von Kriegshelden Winston Churchill mit dem Victory-Zeichen. So geht Fleet-Street-Journalismus, der Spaß macht. Tortenschlachten, übermütig, ironisch, witzig. Nun aber macht die Sun uns Deutschen ein Angebot, das jeder versteht, weil es sich an die Fußballfans richtet. Für die kommende Europameisterschaft bietet sie an, neben den Halbfinalspielen und dem Finale auch Vorrundenspiele zu übernehmen, falls die übrigen EU-Nationen Deutschland, Spanien, Italien oder Rumänien noch nicht so weit sind. »Wir sind bereit«, ließ Boris Johnson über die Sun ausrichten. Die Bild ging witzig und gar nicht gekränkt auf den Vorschlag ein. Über einem Foto von Boris Johnson schrieb sie »You kriegst the EM, we kriegen the pot«. Wunschträume, aber hey, die Hoffnung stirbt zuletzt. Die EM in England, knapp 30% der Bevölkerung auf der Insel ist geimpft, bis Juni dürfte sich die Quote verdoppelt haben und die Spiele könnten vor stimmungsstarkem Stadionpublikum stattfinden. Von Großbritannien lernen heißt Siegen lernen, um einen Spruch abzuwandeln, mit dem unsere Kanzlerin aufgewachsen ist, in dem allerdings von der mittlerweile zerbrochenen und verschwundenen Sowjetunion die Rede war. Doch noch eines könnten wir von den Briten ganz besonders lernen. Die Wachheit und Protestwilligkeit, wenn Kernbestände der Meinungsfreiheit und der Demokratie angetastet werden. Das Hyde Park Corner in London, wo jeder auf die Apfelsinenkiste steigen kann und ausrufen, was ihm nicht passt, ist in diesem demokratischen Kernland ein Beispiel. Keine britische Regierung würde es wagen, eine Oppositionspartei mit den Mitteln des Inlandsgeheimdienstes in einem Wahljahr aus dem Rennen zu nehmen, wie es derzeit die Merkel-Regierung mit der AfD versucht, die soeben vom willfährigen Verfassungsschutz zum Verdachtsfall erklärt wurde. Selbst als es um die Schicksalsfrage des Brexits ging und Nigel Farage mit den härtesten Bandagen gegen die Regierung kämpfte, hätte ein Verbotsansinnen die Bevölkerung auf die Barrikaden getrieben. Wie wir sehen, geht es in diesen Tagen nicht nur um Corona, sondern um eine regierende Clique in Berlin, die ihren Bankrott nicht eingestehen möchte, sondern mit totalitären Mitteln auf Kritik reagiert. Wie sagt es der sonst so besonnene Mitte-Publizist Gabor Steingart? Die deutsche Regierung erlebt in diesen Tagen den vorläufigen Tiefpunkt ihrer Staatskunst. Weitere Beiträge finden Sie auf hallo-meinung.de Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Willis ver变t